Schöne Zuspiel hier! Benedetto! Oh! Nicht das Tor! Und wenn der reingeht, dann haben sie das Ding erstmal im Griff. Aber so weiter, 0-0! Macht er das Tor! Da fällt das erste Tor an diesem Tag! Hält jetzt erstmal den Ball! So! Spannung drin! Endeser Passi! Ausgleich! Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt! Schöne Aktion! Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer! Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können! Marseille mit viel Platz auf dem Flügel! Gute Ballführung! Und das will er jetzt alleine machen! Der Führungstreffer in dieser Partie! Riesenjubel! Das gibt erstmal Sicherheit! Das gibt Selbstvertrauen! Hier nochmal die Wiederholung des Tors! Wir sehen den Konter! Im Moment kommen sie nicht richtig durch! Der Ball ist drin! Der Treffer zählt! Ausgleich! Es ist ein enges Spiel! Und das drückt jetzt auf der aktuelle Spielstand aus! Tolles Zuspiel! Der ist frei! Das ist die Chance! Und Tor! Das ist die späte Führung! Damit hat hier ja keiner mehr gerechnet! Das ist die Chance! So auch der Führung der Mediode! Das ist die Chance! Die Schöne Aktion! Das ist deine Chance!